Hallo meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute beschäftigen wir uns wieder mit dem Thema Pferdebegutachtung. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute beschäftigen wir uns wieder mit der Begutachtung eines Pferdes aus euren Reihen. Da war Catwoman so lieb und hat mir Bilder von ihrem kleinen Fjordpferd zugeschickt. So, jetzt müssen wir uns aber vorher erstmal über eins klar werden. Das, was ich bis dato begutachtet hatte, waren Warmblüter. Für Warmblüter gelten hinsichtlich Rittigkeit und Exterieur andere Regeln als das, was die FN als Spezialrassen tituliert. Und dazu gehören auch Fjordpferde. Das heißt, dort habe ich ganz andere rassetypische Merkmale, die es zu begutachten gilt. Das heißt, ich kann nicht das Exterieur eines Warmblutes mit einem Fjordpferd, einem Haflinger oder einem Shetlandpony vergleichen, weil eigentlich die Rassemerkmale komplett anders sind. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, das ist immer das, was viele vergessen, Pferde sind Schollenbewohner. Was heißt das? Pferde sind eigentlich für die Region am besten ausgestattet, aus der sie ursprünglich kommen. Das heißt, das Fjordpferd vermuten wir natürlich richtig in Norwegen bis hoch nach Spitzbergen. Das heißt, dieses Pferd muss ausgerichtet sein auf felsige Untergründe, auf knappes Nahrungsangebot, auf sehr harte Witterungsbedingungen. So, und da wir uns das jetzt einmal so ein bisschen genauer anschauen wollten, habe ich nochmal so ein Rassebestimmungsbuch mir zur Seite gelegt. Und daraus wollte ich euch jetzt mal kurz nochmal ein paar Sachen vorlesen, was den gemeinen Norweger ausmacht. Also Größe sollte sein zwischen 1,33 und 1,45. Ich habe hierzulande auch schon größere gesehen, also dass die so bis 1,50 gehen. Man möchte sie in Falbenfarben haben, das ist auch ein sehr dominantes Gen bei den Norwegern. Wenn ihr seht, dass Norweger mit einem anderen Pferd angepaart wird, vererbt sich in der Regel auch diese Farbe. Man möchte dabei haben, Creme bis Fuchsfarben bis Grauschattierungen als Falbe, charakteristisch immer mit Aalstrich und charakteristisch, dass rechts und links von dieser Mähne, die in der Regel auch dunkel herkommt, immer lange helle Haare in Fellfarbe gleich mit Wachsend. Das gleiche gilt für den Schweif, auch dieser ist traditionell zweifarbig. Ja, ein ganz klassisches, rassetypisches Merkmal. In vielen Büchern wird dann beschrieben, dass man halbmondförmig die Mähne schneidet. Kann man, muss man aber nicht. Ja, es wird immer als rassetypisch dargestellt. Wie gesagt, kann man machen, muss man aber nicht. Es kennen auch durchaus langhaarige Norweger. Ist halt so ein bisschen fusselig dann, aber egal. Ja, dann weiterhin zu den Farben. Es kann auftreten, dass diese noch Zebrastreifen an den Beinen haben. Etwas, was wirklich viele von den sehr ursprünglichen Rassen noch haben, wie auch die Mongolenpferde oder Dömner, Konix und ähnliche. Die haben dann im Rassemerkmal auch durchaus immer noch diese Zebrastreifen an den Füßen beziehungsweise an den Vorder- und Hinterbeinen. So, man sagt jetzt dazu, zum Charakter hier, arbeitsfreudig, ja, dann unermüdlich, ja, das heißt ausdauernd, fromm, umgänglich und eigenwillig. So, jetzt zum Thema eigenwillig möchte ich mal direkt was sagen. Und zwar, wenn wir uns angucken, wo diese Tiere herkommen, können wir ihnen die Eigenwilligkeit überhaupt nicht zur Last legen. Warum nicht? Weil der Norweger kommt aus klimatisch sehr anstrengenden Regionen. Und da ist dieses, eigenwillig zu sein, vielleicht nicht in den Wald zu gehen, wenn man gerade spürt, da ist ein Schneesturm im Anmarsch. Ein durchaus lebenswichtiger Instinkt, den diese Tiere haben. Es ist vielleicht eigenwillig, auch nicht an dem Fjord entlang zu marschieren, wo ich nur 30 Zentimeter Schotterweg habe, weil ich nicht die Klippe hinunter stürzen möchte. Ja, also denkt immer dran, da wo die Pferde herkommen, dafür sind sie auch gemacht. Also ich kann dem Pferd nicht eine Eigenwilligkeit vorwerfen, wenn es aus sehr harschen klimatischen Regionen kommt. Das Pferd ist, um dort überleben zu können, darauf angewiesen, eigenständig zu sein und auch entsprechend Entscheidungen zu treffen. Deswegen sind auch Norweger immer sehr gut organisierte und sehr gut sozialisierte Herdenpartner, weil bei denen instinktiv immer noch das Überleben in der Gruppe einen sehr hohen Stellenwert hat. Das heißt, in ihrer Heimat, in klimatischen schwierigen Verhältnissen ist man als Herde besser aufgestellt als als Einzeltier. Ja, denkt immer dran, wenn ihr euch über eure Pferde ärgert, das ist so eigentlich von der Natur ganz gut programmiert worden, dass die so sind, wie sie sind und was wir ihnen dann negativ auslegen. Denkt mal an eure Vorurteile bezüglich Haftlinger und Shetland-Ponys, dann kommen wir nämlich ungefähr auf das Gleiche hinaus. So, das Exterieur, also das Äußerliche, da hat man einen relativ klein, wohlgeformten Kopf. Das heißt, der Kopf hat viel Garnaschenfreiheit, damit der Kehlkopf Platz hat, damit die Pferde auch gut atmen können. Er hat eine breite Stirn, etwas weit auseinanderliegende Augen. Auch das ist wieder so ein Kennzeichen von Pferden, die so ein bisschen in der Wildnis groß werden, weil die mit den etwas breiter auseinanderstehenden Augen einen besseren Rundumblick haben, was Fressfeinde angeht. So, kleine Ohren, ist klar, alles was aus schwierig klimatischen Verhältnissen kommt, hat immer kurze Ohren, kurzen Schwanz und ähnliches. Das trifft auf Kaninchen zu, das trifft auf Shetland-Ponys zum Beispiel zu und ähnliche. Da findet man auch die Ohren meistens nicht unter der Mähne, wenn die angelegt sind, sind es sowieso keine Ohrponys. Dann eben halt hat man hier einen kurzen, kräftigen Hals, auch das ist wirklich wieder typisch, kurzer, kräftiger Hals. Warum? Weil der Hals ist halt die Balance-Stange, sollte der extrem lang sein, müsste das Pferd in schwierigem Gelände zu viel mit seinem Hals kämpfen, um sich selber auszubalancieren. Deswegen kommt jetzt auch gleich ein etwas längerer Rücken bei einer kurzen Gruppe. Auch das ist hier wieder ein typisches Rassemerkmal. Man wünschte sich hier auch ein Widerriss, der kaum sichtbar ist, aber dafür gut bemuskelt. Also wer schon mal für einen Norweger einen Sattel gesucht hat, wenn man da so ein bisschen so ein Modell Vollernter, ja auch das kommt häufiger vor, dass ich da Pferde habe, die mit zwei Strohhalmen und zwei Grashalmen zwischen etwas Moos durchaus in der Lage sind, immer noch Fett anzusetzen, dann weiß man, dass das relativ schwierig ist, so auf so kugelrunde Rücken unter Umständen einen Sattel aufzulegen. So, was steht hier weiterhin noch? Man möchte eine runde Gruppe haben, klar, weil das dann besser ist. Kurze, kräftige Beine, auch wieder klar. Schwieriges Gelände, wo die herkommen, bedeutet auch, lange Extremitäten wären hier eher hinderlich. Man wünschte sich immer etwas Köthenbehagen, das heißt, dass die Pferde auch im Prinzip etwas gegen Feuchtigkeit geschützt sind an der Stelle. Man möchte schräge Fesseln, auch die bieten wieder guten Stand. Man hat in der Regel ein sehr kurzes Fesselbein, man hat große Hufe, trittsicher und ausgesprochen widerstandsfähig. Ja, also wir sind hier wirklich im Bereich auch einer sehr robusten Rasse, die sich zum Beispiel auch gut für eine Offenstahlhaltung eignet. So, seine charakteristischen Merkmale, die existieren schon seit Jahrhunderten, also sie waren auch die Pferde, die schon mit den Wikingern unterwegs waren. Deswegen ist es wirklich eine sehr, sehr alte Rasse. Sie haben es nur noch nicht geschafft, sich bei den Urrassen eintragen zu lassen. So, hier steht dann noch abschließend, es ist ein sehr stimmiges, primitives Pony. Primitiv aus dem Grund, weil es relativ einfach gebaut ist, also nicht viel mit Schnickschnack aussortiert ist. Also ich finde das Wort Primitiv ja eigentlich ein bisschen diskriminierend aus dem Buch, aber das Buch kommt aus den 70ern. Aber die haben hier wirklich 200 Pferderassen wirklich sehr, sehr gut beschrieben. Deswegen habe ich es mir rausgegriffen. Dass Geselligkeit lebt, habe ich ja gerade schon gesagt. Dass das Pferde sind, die prima in der Herde zu integrieren sind, aufgrund dessen, dass sie eben halt instinktiv wissen, in der Herde kann ich besser überleben. Eigenes Wesen, viel Charme und Individualitäten sollen sie aufweisen. Klar, sie entscheiden selber für sich. Sie sind in Gebirgsgegenden sehr trittsicher und Traktoren, Lastwagen oder sonstigen Sachen absolut überlegen. Klar, da sagte ich ja gerade, dafür sind sie ursprünglich gemacht. Deswegen werden sie weiterhin immer noch als Arbeitspony eingesetzt, auch gerne vor der Kutsche oder in unwegsamem Gelände, eben halt noch in der Landwirtschaft. Es bewegt sich im Gebirge sehr sicher, deswegen ist es auch dort ein sicheres Reitpony. Aufmerksam, leichthufig, kälteunempfindlich und auch dabei ausgestattet mit einer gehörigen Portion Fleiß. So, das ist das, was dieses Buch hierher gibt. Ich lege das mal beiseite, ich möchte dafür keine Werbung machen. So, und jetzt gucken wir uns mal unter diesen Gesichtspunkten, die wir hier hatten. Also wir fassen nochmal kurz zusammen. Wir haben einen stämmigen Körper, kurze Fesseln, einen gedrungenen Hals, breit auseinanderstehende Augen. Wir können Zebrastreifen haben, kurze Fessel, viel Köthen machen, kurze runde Gruppe und eben halt einen Widerriss, der sehr harmonisch in den Rücken geht. Das wären die typischen Rassemerkmale und genau unter diesen Gesichtspunkten gucken wir uns jetzt von Catwoman das Pony mal an. Dann schauen wir uns den Burschen mal näher an. Also gucken erstmal auf den ersten Blick, klar erkennen wir, das ist ein Fjodpferd. Die Farbe stimmt, die Mähne stimmt und das, was ich gerade über das Exterieur gesagt habe, kann man schon auch ganz gut erkennen. Bisschen langer Rücken, kurze Gruppe, stämmige Beide, das passt schon. Hier ist so ein bisschen schade, dass hier die Litze von dem Zaun gerade noch so einmal durchgeht. Ich habe noch ein Bild von dem Pferd. Das Problem da ist nur, da sind die Beine nicht ganz drauf, sodass natürlich die Begutachtung der Füße etwas schwieriger ist. Hier ist dieses Bild. Ja, auch hier kann man erkennen, dass so ein bisschen leicht von schräg vorne fotografiert ist auch so ein ganz klein bisschen schwierig. Aber dennoch, da können wir alles sauber drauf erkennen. Hier erkennt man, ne, kurze Ohren, breite Stirn, etwas zurückgesetzte Augen. Insgesamt auch, wie beschrieben, das etwas längere Mittelstück des Pferdes, also die Mittelhand, ist etwas länger, sollte ja rassetypisch sein. Die kurze Gruppe kann man erkennen. Und hier sieht man direkt, wenn ich die Latte auflege, dass der hinten noch ein bisschen höher ist als vorne. Das kann jetzt auch so ein bisschen dem Fotowinkel geschuldet sein. Da war ich mir zunächst nicht ganz sicher, weil der ja so von schräg vorne etwas oberhalb fotografiert wurde. Nicht, dass wir jetzt hier so einen Parallaxenfehler haben und dem Pferd eine zu hohe Gruppe attestieren, die er gar nicht hat, weil einfach nur das Foto das so hergibt, ne, also da auch immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Manchmal ist es besser, wenn man das Pferd wirklich so auf Augenhöhe hat, ne. Deswegen habe ich mir dieses Bild nochmal vorgenommen. Aber auch hier kann man erkennen, wenn man das Lot fällt, dass der hinten etwas höher ist. So, jetzt sehen wir ja, der Rücken ist an sich relativ stark geschwungen. Jetzt ist so die Sache. Entweder er wächst noch oder wir müssen jetzt reiterlich da so ein bisschen gegensteuern, dass wir den Rücken etwas nach oben bekommen. Deswegen habe ich mir direkt mal einmal hier die Linie angeguckt mit dem Sprunggelenk und dem Vorderfußwurzelgelenk. Ob die denn auch parallel sind und da kann man eigentlich erkennen, dass auch da die Sprunggelenke noch ein klein bisschen höher sind. So, jetzt gucken wir uns einmal die Oberlinie an und dann können wir sehen, eigentlich eine schöne geschwungene Oberlinie. Man würde sich so im Bereich der Mittelhand noch etwas mehr angehobenen Rücken wünschen. Also hier auf dem Bild wird das nochmal etwas deutlicher, dass der Übergang vom Widerriss in den Rumpf, in die Brustwirbelsäule, hinterher in die Lendenwirbelsäule etwas flacher verläuft. Aber das kann man ranreiten. So, dann gucken wir uns mal die Beine an. Die stehen also sehr gerade im Lot, ne, bilden eine gute Senkrechte durch alle Gelenke. Hier ist es auch wieder so ein bisschen schwierig aufgrund des langen Rückens, der etwas höheren Gruppe und dem doch relativ geraden Hinterbein entwickelt sich hier so eine ganz leichte Senke im Bereich des Rückens. Also da ist jetzt sehr viel reiterliches Geschick gefragt, die Hinterhand so zu aktivieren, dass sie immer Richtung Sattelgurt schwingt, damit das Pferd dort deutlich mehr Rückenmuskulatur aufbaut. Und auch insgesamt darf der Bursche noch etwas kräftiger werden, weil für Norweger finde ich den nahezu schlank. Ja, also der ist gut ernährt, gar keine Frage, Pflegezustand ist auch gut. Aber wie gesagt, also der darf insgesamt noch etwas mehr Muskulatur am ganzen Körper ansetzen und das Hauptmerkmal sollte hier sein, das Pferd gut gerade zu richten, die Hinterhand zu aktivieren, um ihn unter den Körper zu schließen, damit der Rücken sich deutlich mehr aufwirkt, damit da einfach deutlich mehr Muskulatur noch kommt. Dann schauen wir uns abschließend nochmal die Hals-Garnaschen-Konstruktion an. Ein kurzer gedrungener Hals, der sehr schön angesetzt ist mit einer ausgeformten Garnasche, die genügend Freiheit hat, um dieses Pferd sicher in Anlehnung zu reiten. Es ist sicherlich schwierig, ihn in die Aufrichtung zu reiten aufgrund der Halsformation, aber für ein Reiten in Anlehnung ist das hier sehr schön geformt. Also kann man insgesamt sagen, ein sehr typischer Vertreter seiner Rasse, wo man so ein bisschen Arbeit noch in die Aktivierung der Hinterhand stecken sollte, damit die Rückenpartie etwas besser muskuliert wird. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Sache. Also ich finde es immer ganz großartig, ich habe noch ein paar Fotos von euch, keine Angst. Also ihr könnt mir auch gerne immer nochmal was schicken, schickt mir die am besten per E-Mail. Ich bereite mir die dann so auf, dass ich die hier in die Videos integrieren kann. Also ruhig schicken, ich freue mich darüber, ich finde das auch ganz großartig, wie rege ihr hier so teilnehmt. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.